Hallo! Und, kannst du was sagen? Ich hab zwei Tore geschossen und wir haben gewonnen! 13 zu 1! Irgendwann hast du gespielt? Wir waren stärker! Wie warst du? Deodor! Wie war dieser Match? War gut? Danke! Wie war's? So, liebe Leute! Heute spielen wir die SC Columbia gegen SV Donafeld und gleich geht's los! So, ich bin da Felix mit der Antonia, dem Dario und der Theodor! Und wer gut kann! Hallo Antonia! Bravo Antonia! Bravo Antonia! Bravo! Super Antonia! Bravo! Ich bin da, die Zitzelung! 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 Mach weiter! Tschüss! Antonia hat eine Storbeck, der Tschüss! Bravo Antonia! Stärke, Freya! Bravo Antonia! Bravo! Ich glaube, dass ich die Zitzelung spiele. Ich bin da, die Zitzelung! Das nächste, die Zitzelung auf der Zitzelung! Ich weiß, dass die Zitzelung gesagt hat, ja? Das war schön! Das war schön! Es ist gut! Es ist gut! Ich bin da, die Zitzelung! Das war schön! Der Zitzelung! Der Zitzelung ist halt so besonders genau so, die Zitzelung geschlossen Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Bravo! 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 Super pass, baby! Super tour! Bravo! 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 Das dritte Tor wurde gerade von Felix geschlossen. Super, Kolumbia! Bravo, Kinder! Da! 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 Bravo! 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 Eins, zwei, zwei, bravo! Ich bin gespielt, ich bin gespielt! Hallo, ich bin Antrimia und heute haben wir Dörren. Ich bin 14.01 und ich bin 12.02. Und ich bin gleich mit dem Sessi. Tschüss! Ja, vielen Dank! Ich bin der Dörren. Ich bin der Dörren. Und ich bin der Dörren. Und ich bin der Dörren. Tschüss! Ich bin der Dörren. Ich bin der Dörren. Ich bin der Dörren. Tschüss! Danke! Achtung! 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 Zu Felix! Zu Felix! So hoch du kannst! Was ist die Dörren? Kommt, du kannst du auch nicht so hoch. Kommt, du kannst. Das heißt, du kannst! Dörren! Schönen Tag! Dörren, ich bin der Dörren. Dörren! Gliht, du kannst duen? Dörren! Bravo, Kolumbja. 65! Bravo! Dörren! 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 Bravo! 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 Los, Felix! Bravo! Ich bin, aus der Zeit war es. Bravo, Dario! Super, Super! Super Dario! Super Dario! Hey, Hattel! Ich bin, Hattel! Man muss die Leute wollen. Ich bin, Hattel. Dario! Ura, Mann! Ura! Einmal fertig. Einmal fertig. Und noch die Spätsaage. Einmal fertig. Ja, das ist gut. Und noch die Spätsaage. Und noch die Spätsaage. Und noch die Spätsaage. 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 Super Kolumbia! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. En vanmorgen zijn dat is echt via de maak op het aang-op-appel. Das war's für heute. Boah! 저 maybe da? Los! 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 Los, los los! L estavam ja mitufen! Hanh ja. Jetzt auf... Ça war ja. Musik 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 Momentoen Musik Antonia hat sich gut gefasst gemacht, bravo! Los, kämp' Antonia! Super! Bravo, Antonia! Super! Bravo! Antonia, nach vorne! Stopp! Los zum Ball! Bravo! Bravo! Ja, super! Super, Dora! Super, Dora! Super, Dora! Super, Dora! Bravo! Bravo! Acht Wochen in Kolumbia! Und Jasin! Bravo Jasin! Ich hatte ja gerade eine Tonne geschlossen! Na Glocken! Schlaf! Pab ich! Ratsch! 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 Super! Dora! Dora, bravo! Ich habe hier! Vielen Dank! Go! Das war's! Bravo! Halbe Zeit, ein bisschen Pause und ja, bis später. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Das war's für heute. Musik Sockeft Antonia Sockeft Antonia Piazza Musik Proszę, proszę teatre Ja! Ja! Eine Türe für Donauffell. Ja, pass auf was du ja, Tech-In! Ja! Lohschies! Ja! Ja! Antunia, zwei, drei, bravo! Lupa, Antunia! Lupa, Antunia! Antunia! Ja! Ja! Geh nach vorne, geh nach vorne! Super! Lauf! Kein weiter! Schieß! Schieß doch mal! Das dritte Tor! Hallo? Kannst du was sagen? Ich habe zwei Tore geschossen und wir haben gewonnen. 13 zu 1. Gegen den Sommer hast du gespielt? Schieß doch! Schieß doch! Schieß doch! Wie war es gut? Deodor! Und wie war die Mensch? War gut? Ja! 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 Ja!